Mein neues Video geht jetzt los. Jetzt zeige ich euch das Fischgerät an und mache die Perlen. Dazu die Einschiene, Teinstift, Gümel und Perlen, Fingerloom und Perlen. Am besten nehmen wir die Silikon-Bands. Dann gehts los mit dem drauf. Dann nehmen wir das. Dann zappen wir so. Dann drücken wir das Fischgerät. Dann so. Reizen. Dann drüber geht es am besten einfach so. Darunter drehen. So unterscheiden wir das Fischgerät. Dann ziehen wir das so hoch. Dann nehmen wir einmal eins drüber und drauf. Es muss drüber sein und drauf. Dann nochmal eins drüber und drauf. So. Jetzt nehmen wir das unterste und den zu. Das unterste und den zu. Dann nehmen wir wieder eins drüber und drauf. Und dann wieder eins drüber. So. Und das Ganze machen wir jetzt bis es so lange ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Also. So. So. Tolle Dift. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und liken es.